... und vom Brunburger RFC ... ... fein! Fick die Hand da! ... und dahinter kommt dann der heißeste Konkurrenz, nämlich ein Räum. ... und der Klingel! 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 Also, Fußball, Fußball, der Fahrer zeigt aus! ... und der Klingel! 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 ... bei Posten 4 verunfallt und ich nehme fast, dass Martin Kraus bei seinem ersten Einsatz, sein VW Polo 86c von Kevin Ferner, dem Rennleiter vom Niedergekönner etwas angeeckt hat, es scheint so der mario ist die 656 ist im ziel mit 1 18